Dieses Ding war nicht unsere Marsha! Ich will mich von Gott dazu berufen wollen. Ich will mich von Gott dazu berufen wollen. Ich will mal wieder irgendwo Splicer. Kannst du machen, was du willst. Naja. Sag Gott, da wollte ich ja immer irgendwelche Splicer rumlabern. Wenn wir aus dieser Gegend herumfahren. Bringt ja nichts. Dann gehe ich so, lieber Lang. Da lang, genau. Ich weiß nicht, das wäre wohl. Ich weiß nicht, das wäre wohl. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rad ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Willkommen im Zirkus der Werte! Du, ja bitte nicht weh! Nimm dich nicht! Doch, ich tu dir jetzt ganz drück weh! Weil ich es einfach mal kann. Und es ist mir egal. Sie hat meine Augen. Siehst du? Ich kann ja auch deine Augen haben. Ausgetrickst du Monster! Das ist mein Kind, nicht deins! Warum zögerst du? Tritt gegen mich an, du... Oah! Ach! 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 Aah! Cool! Hört sich so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Jetzt muss ich mir nochmal ganz, 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 ganz da überlegen. Wenn ich wirklich so freundlich wäre. Mann, Alter, ist das mit hier so fast. Wenn wir das irgendwo anecken. Oh, nervig. Vier. Gut. Dann hätten wir das ja soweit, glaube ich. Ah, danke. Da hat er wirklich meine... Meine, 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 mein Geschicksturm umgeboort, Alter. Ich glaube, er hat wirklich... Ich fasse es nicht. Kann man nur meinen Geschicksturm einfach so, äh, manipulieren, Alter. Das hat dir keiner erlaubt, Mann. Arsch, Alter. Arsch, Arsch, Arsch. Fertig. Blub, 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 blub. Ja. Mann, Alter, alles. Meine Frau Mora geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dann überstrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, ne? Gut, dann speichere ich hier mal ab. Und das war's dann erst mal.